Die SP des Kantons Zürich unterstützt im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen die GLP-Kandidatin Tiana Moser. Die SP-Kanton Zürich unterstützt im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen die GLP-Kandidatin Tiana Moser. Sie tritt am 19. November gegen SVP-Kandidat Gregor Rutz an. Die Delegierten der SP haben die Unterstützung Mosers an einer Versammlung am Donnerstagabend in Zürich beschlossen, wie die Partei mitteilte. Der amtierende SP-Ständerat Daniel Josic wurde bereits im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag wiedergewählt. Ebenfalls am Donnerstagabend hat die Zürcher SP beschlossen, Josic als Bundesratskandidat zu portieren. Die Bundeshaussfraktion der SP wird am 25. November entscheiden, wer aufs Ticket der Partei für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset kommt.